Moin aus Hamburg, hier ist wieder Jan. Heute möchte ich drei Dinge in unserem Sprachgebrauch ansprechen. Also sagen wir die Tilgung, die Verallgemeinerung und die Verzehrung. Doch bevor ich das tue, gehe ich nochmal einen Schritt zurück zum letzten Freitag, denn da hatte ich mal wieder das Vergnügen, eine Gesprächspartnerin bei mir zu haben. Und dieses Gespräch wird auch aus einem besonderen Grund schon am 19.07. hier veröffentlicht. Und nicht nur per Audio, es erscheint auch als Video auf meinem YouTube-Kanal. Also doppelt. Und ich danke hier mal ganz außerordentlich Pete von der Ice Cream Film Produktion. Pete unterstützt mich wirklich mehr als fantastisch und ich danke dir von Herzen. In dem Gespräch vom Freitag ging es auch um Sprache und deren Bedeutung. Ich habe mir danach weiter Gedanken gemacht, ob das, was ich als selbstverständlich sehe, auch andere Menschen so selbstverständlich sehen. Und ich glaube, nein. Daher möchte ich heute über Sprache sprechen. Übrigens ja, mir ist das, was ich heute sagen werde, sehr klar. Aber natürlich falle ich auch noch in sprachliche Fallen. Das passiert immer dann, wenn ich unachtsam oder gestresst bin. Und, wenn ich hier einen Podcast einspreche, also wie in dem Satz, hier vor. Eine Sache finde ich unstrittig. Unser aller Gedanken werden durch Worte beeinflusst, die uns dann handeln, also ins Tun kommen lassen. Allerdings fasst diese Aussage auch ein deutlich komplexeres System sehr eng zusammen. Ja, doch, ich will dieses ganze komplexe System heute nicht beleuchten, sondern ich möchte ja über Sprache sprechen. Und da dieses System viel komplexer ist, können zum Beispiel auch solche Dinge, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, diese zehn Schritte zum Erfolg oder ähnlicher Unsinn kaum zu Erfolgen kommen. Ja, die Arbeit, die wir alle in uns und in unseren Erfolg stecken, das ist viel komplexer. Dies ist übrigens auch ein Grund, warum ich Kurzzeitcoachings ablehne. Unsere Sprache ist die Basis unseres Zusammenlebens. Durch unsere Sprache sind wir in der Lage, unsere Gedanken, unsere innere und versteckte Welt anderen sichtbar, hörbar und fühlbar zu machen. Wir können Ideen austauschen, Erfahrungen weitergeben, andere verstehen und von ihnen verstanden werden. Sprache gibt uns eine unermessliche Freiheit, wenn wir sie beherrschen. Eine tolle Sache, die jedoch auch bestimmte Grenzen hat. Die Grenzen sind, ja, die Grenzen sind diese vielfältigen Vorgänge unserer Gedanken. Denn wir können ja nicht wirklich alles, was wir denken, auch sprachlich ausdrücken. Denn das würde eine sehr lange Zeit beanspruchen. Wenn ich wirklich sehr tiefe Gespräche führe, dann braucht das immer seine Zeit und die Bereitschaft meines Gegenübers wirklich zuzuhören. Denn manchmal teilen wir unsere Gedanken ja mit so unangemessenen Worten mit, die beim Gegenüber echt zu Missverständnis führen können. Diese Missverständnisse können natürlich auch durch unterschiedliche Lebenserfahrungen und Bewertungen auftreten. Ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass die gleichen Worte bei anderen Menschen unterschiedliche Bedeutungen haben. Und die Bedeutung unserer Sprache, die macht etwas mit Menschen. Hast du mal zu jemandem gesagt, du machst mich krank? Wenn ja, dann hast du dein Gegenüber zur alleinigen Ursache deiner Gefühle, deines Zustands gemacht. Ja, oder es hat mal jemand zu dir gesagt. Das Ergebnis das Gleiche. Wenn wir beide mal so unter uns sprechen, also die Wirklichkeit in dir sieht doch völlig anders aus. Es gibt doch viel mehr Gründe, warum du dich krank fühlst. Kein Mensch hat so viel Macht, dass er einen anderen einfach so krank machen kann. Die Verantwortung darüber trägt stets derjenige, der diese Aussage trifft. Auch in meinen Aussagen hier kann ich nicht behaupten, dass ich die Wirklichkeit kenne. Da habe ich mir auch auf die Fahne geschrieben, hier im Podcast und auch in meinen Coachings. Mir ist es wirklich egal, ob ich Recht habe oder nicht. Ich kann nicht alles wissen. Ich kann nur nach meinem besten Wissen und Gewissen meine Aussagen treffen. Denn wenn wir alle von Wirklichkeit oder Realität sprechen, spiegelt sich darin immer nur unsere Vermutung über die Welt wieder. Wie gesagt, das Leben ist um einiges komplexer, als wir manchmal glauben. Wir alle erschaffen unsere Welt durch die Informationen, die wir ganz individuell aufnehmen und verarbeiten. Daher werden auch unsere Gedanken und Gefühle zu unserer Wirklichkeit. Und so kommt es sehr oft zu drei Missverständnissen, wenn wir Wörter und Sinneserfahrungen, die sie repräsentieren, einfach verwechseln. Das erste Missverständnis, wir übersetzen unsere Erfahrungen in Sprache und verwechseln die Sprache mit der Erfahrung. Wir glauben, dass unsere Erfahrungen genauso konstruiert sind wie unsere Sprache, mit der wir sie ausdrücken. Das zweite Missverständnis ist, wir gehen einfach davon aus, dass andere unsere Annahmen auch teilen und lassen infolgedessen wesentliche Aspekte unserer Botschaft aus. Das verwirrt andere, obwohl wir sie ja gar nicht verwirren wollen. Also frag dich mal, wie oft du schon mit jemandem über das vermeintlich gleiche Thema gesprochen hast und ihr dennoch aneinander vorbeigeredet habt. Und was ist dann passiert? Und das dritte Missverständnis, wir selber verstehen unseren Gegenüber verkehrt, weil wir diese Lücken in seiner Kommunikation ganz einfach mit Informationen aus unserer Wirklichkeit auffüllen. Denn wir alle, auch ich, verfallen sehr oft in den Glauben, dass wir die gleichen Erfahrungen haben, nur weil wir die gleiche Sprache sprechen und ziehen ab und zu die falschen Schlüsse daraus. Warum ist das so? Naja, das ist ein Thema, da könnte man wahrscheinlich ein Wochenende, also ein Wochenende intensiv mit arbeiten und es würde trotzdem nicht reichen. Also ich probiere das mal hier anzureißen. Es geht, ja, es geht um Tilgung, Generalisierung oder schräg, schräg Verallgemeinerung und Verzerrung. Unsere Sprache tilgt einen Teil unserer Erfahrung. Sie lässt also etwas weg. Das ist der Grund, dass wir halt schneller denken, als wir reden können. Und nein, ich rede jetzt nicht von dem Phänomen, dass es Menschen gibt, die erst sprechen und dann denken. Das ist vielleicht ein Thema für einen anderen Podcast, falls es dich interessiert. Da wir also langsamer sprechen, als wir denken, muss unser Gehirn entscheiden, welche Wörter es nutzen will und daraus lassen wir natürlich viele Informationen weg. Vielleicht fehlen uns ab und an auch mal die passenden Worte oder wir erachten sie nicht für so wichtig. Mein ganzer Podcast ist an sich eine reine Tilgung. Ansonsten würdest du wohl einige Tage brauchen, um ihn zu hören. Tilgung ist weder gut noch schlecht. Es kommt da immer darauf an, was wir tilgen. Wenn wir ein Kind sehen, das bei Rot über eine Ampel geht und ein Bus ankommt, ist Tilgung mit dem Ausruf Stopp mehr als nötig. Denn zu sagen, hey, bei Rot bleiben wir stehen, denn auf der Straße fahren Autos, die sich auf das grüne Lichtsignal verlassen und schau, da kommt ja schon ein Bus. Ja, das könnte so unsere Warnung in diesem Moment wohl eher abträglich sein. Trotzdem sollten wir alle auch mal beachten, was tilgen wir in unserem Alltag alles und was wollen wir vielleicht nicht hören oder sehen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die Verallgemeinerung oder die Generalisierung. Und die ist echt gemein. Daher werde ich für mich auch immer sehr vorsichtig, wenn ich oder jemand anderes Beispiele anwendet, die verallgemeinert sind. Ein Beispiel kann sein, wenn wir Menschen und ihr Verhalten sehen, die in unserem Land einreisen und dies als Vorbild nehmen, dass dieses Verhalten typisch für dieses Volk ist. Allerdings sind Verallgemeinerungen sehr wichtig für uns. Sie bilden die Grundlage des Lernens. Ja, also wir lernen Regeln aufgrund sorgfältig ausgewählter Beispiele und wenden diese an, um andere Regeln zu verstehen. Und auch sind unsere Überzeugungen Verallgemeinerungen. Und auf dieser Basis verstehen wir beide unsere Welt und können mal schlechter, mal besser Ereignisse vorhersagen. Wissenschaftliche Theorien sind Verallgemeinerungen, nur oft viel strenger formuliert als unsere. Denn im Gegensatz zur Wissenschaft stellen wir unsere Überzeugung eher selten auf den Prüfstand. Da muss da mal wirklich etwas Weltbewegendes passieren. Oder du gehst mal zu einem Coach, bevor etwas Schlimmes geschieht. Dafür kannst du meinen Berufsstand nämlich wirklich gut nutzen. Denn zu wissen, ob ich verallgemeine oder nicht, ist wichtig. Denn diese Verallgemeinerungen können ganz schön gefährlich sein. Denn wenn du ungewöhnliche oder untypische Erfahrungen in deinem Leben generalisierst und deine Erwartungen nur noch darauf richtest, dass dir dieses Erlebnis in Zukunft auch widerfährt. Daher frage dich ab und zu, ist meine Erfahrung ein Einzelfall? Und die andere Gefahr darin liegt, wenn du keinerlei Ausnahmen von der Regel zulässt. Denn Ausnahmen widerlegen Regeln, sie bestätigen sie nicht. Und last but not least heute im Podcast kommt die Verzerrung ins Spiel. Wir nutzen die Strategie der Verzerrung, um unsere Erfahrungen zu verändern. Und da haben wir alle sehr viele Möglichkeiten zur Hand. Wir können unsere Erfahrungen beschönigen, vergrößern, verkleinern, abschwächen, konzentrieren, sie völlig den Rahmen sprengen lassen oder die Abfolge der Ereignisse verändern. Wir können sie verdrehen, Dinge hinzufügen, die nicht da waren und noch vieles mehr. Unser Gehirn ist da eine wirklich sehr innovative und kreative Maschine. Leider bringt das Ergebnis sehr oft viel Leiden für dich, für mich und andere mit sich. Doch wenn wir einmal wirklich verstehen, was wir da gerade in unserem Kopf machen, dann kann uns das helfen oder kann uns das sogar sehr helfen, Klarheit und Leichtigkeit im Umgang mit uns und anderen Menschen zu schaffen. Hier ein Beispiel aus meiner Vergangenheit, das ich dir gerne zu verdeutlichen schenken möchte. Ich habe in meinem Leben echt schon an vielen Meetings teilgenommen. Ganz selten bin ich da zu spät gekommen. Mir ist das sehr wichtig, pünktlich zu sein. An einem Meeting, an einem Mittwoch war es dann soweit. Verkehrschaos in Hamburg, der Bus ist mir vor der Nase weggefahren. Natürlich wurde bei der U-Bahn auch an einem Gleis gearbeitet. Und vom Wetter möchte ich gar nicht sprechen, das war irgendwie feucht. Ich kam gehetzt und klatschnass an und circa zehn Minuten zu spät. Ich setzte mich in die Runde und sah schon, dass diese zwei Entscheider, nachdem sie mich gemustert hatten, leise miteinander sprachen. Und in mir, oh, da ging es ab, na toll, dachte ich. Da hast du ja einen super Eindruck schon vor dem Meeting hinterlassen. Ich weiß nicht, wie es dir in so einer oder einer ähnlichen Situation geht. Mich hat das sehr gestresst und das Meeting war sehr anstrengend für mich. Am Ende des Meetings bekam ich eine echt schwere und herausfordernde Arbeit zugeteilt. Klasse, dachte ich. Jetzt werde ich wegen zehn Minuten auch noch bestraft. Danke sehr. Ich habe mich darüber echt aufgeregt und mit anderen Menschen darüber gesprochen, auf die Entscheider geschimpft und mich da reingesteigert. Du kannst dir sicher vorstellen, dass mir die Aufgabe nicht gefallen hat. Hätte ich mal das direkte Gespräch mit den beiden gesucht. Ich habe einige Monate später mit ihnen gesprochen. Das Ergebnis war, ja, sie hatten über mich gesprochen und waren absolut begeistert gewesen, dass ich bei dem Chaos in Hamburg nur zehn Minuten zu spät war. Sie haben mir die Aufgabe gegeben, weil sie davon überzeugt gewesen sind, dass ich der geeigneteste, der geeigneteste, also, dass ich derjenige war, im Team war, der diese Aufgabe zu ihrer Zufriedenheit schaffen konnte. Ich sage dir, wir alle können so einiges in unseren Köpfen erschaffen. Das kann nicht mal ein Drehbuchautor sich ausdenken. Trotz dieser Geschichte von eben ist die Verzerrung ja weder gut noch schlecht. Ja, sie kann uns wahnsinnig machen. Aber auf der anderen Seite ist sie die Grundlage von Kreativität, künstlerischem Talent und erschaffenen Denkens. Also ich bin ein Meister im Verzerren. Daher kann ich sehr schnell Zeit oder kann ich in einer sehr schnellen Zeit neue Denkweisen, neue Dienstleistungen und Ideen mit meinen Kunden erschaffen. Ich bin in der Lage sehr leicht zu Schlussfolgern aufgrund von wenig belegten Motiven und Aussagen anderer und treffe für sie manchmal sehr überraschende Interpretationen. Das beschleunigt Prozesse ungemein, stößt aber auch ab und zu auf Unglauben. Übrigens, so ein leuchtend grüner Haken bei WhatsApp und keine folgende Antwort könnte vielleicht einer der heute besprochenen gedanklichen Strategien in dir auslösen. Vielleicht beobachtest du dich heute mal mit dem Wissen und findest ein paar wichtige Antworten über die Art deines Denkens für dich. Und wenn du Fragen hast, dann melde dich doch bei mir. Ich nehme mir Zeit und wir beide tauschen uns aus. Und wenn du ein bisschen Zeit aufbringst, würde ich mich freuen, wenn du mir für meinen Podcast eine tolle Bewertung schreibst und mir fünf Sterne gibst. Diese fünf Sterne ist ja auch schon eine Art Tilgung, wenn du nichts dazu schreibst. Und da würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir hilfst, noch mehr Menschen zu erreichen und die sich inspirieren lassen, genau wie du. Und ja, für heute sage ich, bis dann, der Jan.